Hallo und herzlich willkommen zu Das ist Kameleon aus der Reihe Crazy Cops New York! Dankeschön, danke! Ich freue mich euch, ob du jung oder alt, hier heute begrüßt zu dürfen. Ja, denn heute ist ein ganz besonderer Tag in der Geschichte unserer Police Academy. Und ihr werdet euch wundern, warum? Es ist nämlich der 10. Todestag des Bründers dieser Police Academy, den hochbeschätzten Captain McNamara. Oh, und diese silberne Statur soll an ihn erinnern. Davies! Ja, Hallöchen! Sag mal, bist du da langsam mal fertig? Nein? Wie? Nee, 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 nee. Du gehst jetzt mal schön in das Café und machst da weiter, ja? Ja, natürlich, du! Ich bin ja hier der Captain. So was denn? Oh, Palettino, ich weiß ja nicht, ob du es schon wusstest, aber Senator McFlurry und die Kollegen des FBI New Yorks werden hier heute eintreffen, um uns das Erden des großen Captain McNamaras zu überbringen. Ja, du, das sind 2 Millionen Dollar. Ja, Captain McNamara spendet dir dieses Geld unserer Police Academy, um davon neue Rekruten auszubilden, neue Fahrzeuge zu kaufen und um das Recht und die Freiheit unserer Bürger zu gewährleisten. Ja, Captain McNamara war schon ein sehr vorbildlicher Captain. Er glaubt an die Zukunft dieser unserer Police Academy. Ja, aber für Palettino, eins verstehe ich noch nicht. Warum schickt Washington einen Senator? Warum sollten Sie einen Senator beauftragen? Gute Frage, ja. Oh, ich hab's, ja. In Washington haben Sie bestimmt bemerkt, mit welcher Hingabe ich arbeite und selbst die schwierigsten Fälle löse. Der Senator hat mir bestimmt einen weiteren Orden verleihen, da bin ich mir sicher. Oh, ich werde General der bewaffneten Truppe, ja. Oder, 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 der Koch von leckerem Suppe, ja. Oder vielleicht auch früher der Operateur von Kaputtenkuchen. Das weiß man nie, genau. So, ich sag mal, wartest du noch auf, äh, dieses Taxi zufällig? Wo soll uns denn hingehen, hä? Zum Yellow Cat Burger? Oh, nee, da sitzt der drin, komm, mach mal auf. So, das ist so. Ja, äh, Palettino. Probier's doch mal mit der anderen Tür. Ja, ist nur so ein Tipp. Oh, den haben wir da. Sind Sie Captain O'Brien? Richtig, ich bin Captain O'Brien und Sie sind... Ich bin Secret Agent ACW. Ich bin auf einer Undercover-Mission, um Ihnen die geheimsten Neuigkeiten mitzuteilen. Och, das ist aber mal nett hier. Aber warum haben Sie mir denn nicht gesagt, dass Sie hier heute erscheinen werden? Das Verteidigungsministerium im Pentagon schätzt eben die absolute Geheimhaltung, Captain O'Brien. Ja, das habe ich ja verstanden, Secret Agent ACW, aber worum geht es denn? Captain O'Brien, eine kriminelle Bande, die im ganzen Land gesucht wird, hat die Stadt erreicht und plant einen Überfall auf diese ruhmreiche Polizeiakademie. Wir kennen leider nicht den Kopf der Bande und wissen nicht, wo sich diese aktuell befindet. Sie sollten jedoch auf jeden Fall alarmbereit sein. Ja, da sind wir Secret Agent ACW, aber ein Captain O'Brien hat natürlich vor nichts und niemandem Angst, auch nicht vor ein paar der hergelaufenden Dieben. Aber lassen Sie mich Ihnen mal zeigen, wie organisiert wir sind. Trotz Sie, Leibninn, angemutzt und angetrieben, kommt schon wieder. Trauen Sie und stauen Sie. Sehr gut, Männer! Sehr gut, Männer! Ja, Männer, ihr merkt schon, die Leute wollen noch Märchen-Satschen haben, na? Dann zeigen die Ihnen noch mal, was ihr könnt. Ja, los geht's! Auf drei, zwei, eins, gehen wir los! Ja, schön! Ich kann mal weiterfahren! Ja, und vorbei! Ja! Ja! Jetzt geht es und sie bringt sich dafür! Ja, ja! Das macht mal gar nichts! Ja, ja! Ja! Moment, 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 Moment! Ja! 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 Na, das war jetzt doch mal eine gute Portion, eh! Ja! Doch ich hab' erst mal einen Donut verdient! Los, wer das erste da ist! Ja! Wuii! Ja! Huuuuii! Ha, Dankeschön, ja! Naja, also als Käpt'n bewaffnet wir die Waccin! Dann bin ich mir sicher, dass unsere Police Academy gut geschützt ist und wir alle ruhig schlafen können. Ja, gar nicht jetzt. Aber eins muss ich noch erledigen. Was war denn das? Oh ja, wir waren mit Valentino. Was machst du da hinten? Komm mal her, du musst was für mich erledigen. Und zwar musst du für mich einen kraftvollen Verloren sein und zu Ehrenkind McNamaras abfeuern. Ja, los geht's. Valentino, Gappogiorno, wie wäre es denn mal mit Kanona ausrichten und bereit machen? Also ich hab noch was. Wo ist die denn hin? Secret 18 ACW! Kommen Sie mal lieber wieder zurück, das ist Valentino. Das könnte gefährlich werden. Ja, was macht denn der da? Valentino, bist du jetzt bereit? Sehr gut! Also los! Auf, drei, zwei, eins! Ja, zwei! Super, Valentino! Na, das sah jetzt mal wieder so richtig schön inkompetent aus! Es tut mir wirklich leid, dass Sie das dran sehen müssen, wirklich. Wenn's das heute, wo ich all meine Kräfte kaufe, da musst du mich planieren! Der Staat hat sich befehlt! Mal guck, mal guck, mal guck, mal guck! Ich warte nun auf der Flucht, ja! Es ist unglücklicherweise ein alter Bekannter von mir und zuvälligerweise einer der größten Liebe der Welt, ja! Ich hab ihn vor Jahren einmal festgenommen und, äh, tja, ich denke, er ist immer noch sauer auf mich, tja! Wollte seinen Namen wissen, ja? Ja, äh, du Arbus, ja, sie auch, sie auch, sie auch, sie auch, sie tun ja jetzt! Also, es ist nicht die, es ist nicht der, es ist das Kabel! Oh, na! Der gebiert mir schon das Blut in den Adern, wenn ich nur den Namen höre! Das sieht gut aus, ja! Der! Valentino, mein Blut ist nicht gefroren! Das war nur eine Metaphermensch! Musikdechnisch! W, Valentino, einmal mitkommen bitte! Wir schmieden jetzt einen schönen Anti-Kameleumladen, ja! So sieht's aus! Oh, er, Valentino, was soll das denn da mal rein, wenn wir uns liegen als Köder für das Kameleum und uns fuhren? Nein? Nein! Na, da gehen wir schon mal rein! Sieht nicht! Das ist für die Gretak, auch nicht einfach! Ich hab' das geblieben! Ich hab' das geblieben! Ich hab' das geblieben! Ich hab' das geblieben! Ich hab' das geblieben, was diese Polizisten noch sind! Und besonders dieser Captain O'Brien! Sie ahnen nicht einmal, dass wir Ihnen die Jubiläumsfeier gründlich ruinieren werden! Wir stehen Ihnen das Geld einfach sehr gut gefeiert! Wir haben einen perfekten Slalom ausgetüptet und müssen nur noch auf Sie warten, bis Sie uns die Beute bringen! Ich hab' das geblieben! Aber jetzt los! Lasst uns schon mal ein bisschen beim Fall! Reach Challenge auf! Musik Musik Ja! Ja! Leute, ich bin hier! Ich habe mich als Müllrolle gezahnt! Folgt mir, damit wir den Bankraum vorbereiten können! Ich würde es lieben, wenn der Plan funktioniert, Valentino! Valentino! Hallo! Wo ist er denn? Wow! Mann! Ehrlich, Valentino, wenn du spielen willst, dann fahr doch mal rüber zum Torbetrot! Wir suchen noch jemanden! Hauen wir nach vorne! Valentino, ehrlich! Ich glaube, wir hätten nie gewachsen! Warum auch? So, auch pass auf, du bist noch zu strafen, ehrlich! Wow! Easy Rider! Sehr schön, Valentino! Da sieht man, dass du mal mit Pferden gearbeitet hast! So, das reicht jetzt aber auch! Bring mal dein wenig Schopper da! Komm schon, komm! Ja! Ja, heute noch! Wir essen zeitlich! Und jetzt kommt bitte hier hin! So, also, äh... Ja, schön, Valentino! Schön, ja! Aber sind wir denn jetzt bereit, den Senat und seine Begleitung zu empfangen? Ja! Ja, haha, sehr gut! Also, ich muss schon sagen, ich bin schon ganz schön stolz auf den Tremel-gefährlichsten Gangster der Welt! Hier, die Feiner-Polize-Cademy-Ding festzumachen! Tja, das hätte doch ein weißer Trank gesehen, mein Job-Liebe! Das wurde von Zeit! Nach all den Jahren, überleg mal! Oh, 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 oh! Oh, Alter, wird so schockt! Oh, der Senato! We make an American parade again! Ha, ha, ha! Oder auch nicht, ja? Oh, mein Löcher, die Böcke! Oh, Valentino, das müssen wir auch mal machen, das sieht gut aus! Nicht in den zweiten Wagen! Dann fahre ich dann ein, zwei Friskarten! Ja! Ach, komm, Freunde, jetzt aber einer. Ja, will der gleiche Valentino die Tür aufmachen? Ja, will er, will er, will er lieber? Will er das? Na los, dann mach auf, mach auf. Das kann er ja wenigstens. Ja, Moment, Hauptsache es ist die richtige Tür. Ach, der hat er zwei. Ja, krass. Herzlich willkommen, Senator McClory. Noch nicht versteht das, ihr einer. Jetzt aber einer. Captain O'Brien, stehen Sie zuteil. Ich habe viel von Ihnen gehört, von Captain McNamara. Ach, Senator, jetzt hätte ich aber gleich rot wie Ihre Krawatte. Ja, na ja, aber lassen Sie es nicht mal so ausdrücken. Meine Männer, wir haben alles dafür gemacht, dass das organisierte Verbrechen zu bekommen. Ich weiß, ich weiß, Captain. Haben Sie schon davon gehört, dass Ihr alter Feind wieder aufgetaubt ist, das Chamäleon? Ja, das Chamäleon. Das Chamäleon ist wieder da. Habe ich bereits gehört. Aber macht uns keine Sorgen, Senator. Wir haben bereits einen schönen Antichamäleon-Lagen geschmiedet. In Anahm. Sein Foto hängt in allen Polizeistationen Lande. Das ist aber als Hinterriter. Ich bin froh, dass Sie so zuversichtlich sind, das Chamäleon zu schnappen, Captain. Trotzdem wurde ich vom Verteidigungsministerium hierher beordert, um zu prüfen, ob alles sicher genug ist, bevor ich Ihnen die zwei Millionen Dollar auswendige. Ich hörte, Sie sind nicht bei der Jüngste und etwas eingerostet, Captain. Bitte? Was soll das denn heißen? Der war teuer, ja? Aber ich zeige Ihnen jetzt erst mal, was für eine Holzsicht geschnitzt wird. Ich glaube, natürlich für immer ein Burger im Ärmel. So, Valentino, das Spezialfahrzeug. Komm schon. Eigentlich ist das ja noch ein schöner Transport. Er ist drei Meter hoch, sechs Meter breit. Aber was? Das ist Valentino-Fahrzeug. Auf jeden Fall hoffentlich nicht davon legen, dass der dann aus Fass ist, ist ja wahr, wenn. Ah ja. Also, das Rind ist auch noch lustig, ja? Dann hätt ich sie, du kannst sie doch nicht mal rausgelachen. Schön, ruhig, seine Kleber wackelt. Mach, mach, mach doch. Ja, Sie wissen, da geht's in der Räusche. Ja, na ja. Großartig, Kerl. Und jetzt bin ich an der Reihe. Hey. Also, schauen Sie mal, was meine Special Agents alles draufhaben. Mann, Mann, los geht's. Oh, den Rad, oh, das war jetzt aber mal ganz schön knapp. Ach, die zufälligerweise Kampfsport. Hoi, hoi, hoi. Sag mal, ruhig teuer. Ich hab ja lieber mal geschehen. Ja, den Rad, oh, wir sind mal weg. Wir sitzen nicht in der Räusche. Wir brauchen die Kampfsport. Auch noch muss Navi sind anerkennen. Ja, das ist so. Ey, mein Tüter! Wow, hast du das gesehen? Ja. 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 Was macht denn der jetzt? Moment mal, das passt nicht. Das war jetzt nochmal sehr beeindruckt. Aber ich frage mich, was geht denn da noch was? Ja, da passiert noch was. Was ist denn? Oh ja, uno, due, tre. Okay, drei Fahrzeuge, sechs rein. Das ist so gut, das sei. Das ist so gut, das ist so gut. Schön. Oh, Valentino. Ja, das ist so gut. Das ist so gut, das ist so gut. Ja, das ist so gut, das ist so gut. Ja, ihr könnt doch auf, wenn ihr noch zu spielen ist. Der kleine Valentino kommt aus dem Friede-Paladiesem-Kommer-Ferben. Ja, was denn? Oh! Also das soll ich jetzt gerne mal von der Nähe sehen, ja. Krass. Ich glaube, ich muss nochmal zur Fahrschule. Das habe ich nicht gelernt. Schade eigentlich. Ja, ja. So. Was? Dann ist das meiner. Ja, schön. So. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Kettin Apera, das haben Sie nun verloren. Die erste Wahl wieder nicht. Das ist ja, das ist richtig. Oh, was haben wir denn da? Ja, ja. Das ist der Haarastoff. Oh, wieder zumal nicht. Hey, nicht so schnell, du willst uns noch gesetzt. Valentino, du Mordel, komm mal her. Du musst mal die Pfeile sauber machen. Der Mann fliegt noch gar nicht. Du geht das fliegt. Nein! Valentino, die Pfeile. Wichi, wichi, wichi. Du kommst niemals rein. Ventilator. Ventilator? Wann ist nie. Juni, wichi. Nieicie, wid 같은데? Ja, wir sind bei Ihnen. Ja, Herr Senator, jetzt muss ich Ihnen noch sagen, also, das sei jetzt mal nach Verdammt-Taten-Trägen raus. Ja, es ist mich schon ein Wunder, wenn das Kamel und hier auftaucht, irgendetwas Kriminelles zu haben, so. Das hoffe ich sehr und lassen wir uns das Geld sicher verschließen und nicht weiter darüber nachdenken. Ja, das Geld nicht weiter darüber nachdenken. Oh, da kennt nicht jemand, Senator, warte. Valentino, Valentino, du kannst dein G-Master nachher machen, okay? Nimm doch erst mal das Geld. So, tschüss. Und jetzt gehst du bitte in die Bank, Valentino, in die Bank. Und da kannst du dann weiter relaxen oder was immer das auch war. So, Senator, dann, Senatocin, kommen Sie, wir eröffnen jetzt erst mal die Party zum ersten Käpt'n Hecknamaras. Ich hoffe, das Café hat auch schon geöffnet. Ich könnte etwas essen. Ja, Sie aber auch, hä? Sie haben ja noch nicht mal zu kommen. Oh, sei, ha, 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 Senator, war nun Spaß, kommen Sie rein, wir essen was Wittiges. Ja, ich bin jetzt so, hä, ha, 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 ha. Ja, ich bin jetzt so, hä, ha, 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 ha. Ich bin hier oben. Meine Tarnung ist nun diese Satellitenschüssel. Aber ich komme jetzt runter zu euch. Du, gib mir das wieder mit. Und du, geh und stiel das Geld. Ja, ja, endlich reich. Viel besser noch, reich mit dem Geld der Polizei. Und jetzt lasst uns schnell abhaunen, bevor Captain O'Brien und seine blöden Agenten uns noch zu fassen werden. Wer ist sonst in der Nähe? Wir haben doch heute schon wirklich mal eine Dienung. Oh, bist du mal zur Wähler und du bist an zwei Stunden? Ja, aber du gehst nicht. Verstärkung! Sag mal, hast du wenigstens Angst? 9-1-1. Ach, das sind wir ja! Machst du! Machst du mit Feuerwerk! Machst du mit Pol-Eisenmann! Oh, das ist schon so! Wie? Was? Ha, 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 ha! Nein, ey! Das ist ganz selbstbewusst. Wollen wir mal passieren! Oh, Männer! Lasst uns nicht ab, ey! Kommt schon! Ja! Ja! Wollen wir mal passieren! Wer findet ihr hier? Mensch, wie schnell die Zeit vergeht! Ha, ha, ha! Genau! Na, na! Ja, ich habe die richtige Richtung, aber falscher Moment. Dann machen wir mal weiter losgehens. Warte, dann, heute kommt ja auch noch. Na, ihr müsst was zu machen, nicht auf. Probiert es doch mal. Ja. Ja. Ja, ich habe das Auto. Ja, ich habe das Auto. Ja, ich habe das Auto. Oh, ja, du hast ihn da. Oh, Valentino, du bist ja. Du bist da, ich bin nehm, mir. Haha, du bist du in, Kleiner. Oh, ich bin nehm. Ist der Ente? Ist das? Oh, ich bin nehm. Oh, ich bin nehm. Ah, ich bin nehm. Oh, ich bin nehm, ich bin nehm. Ah, da ist er ja. Ich sage jetzt, bist du mal gut. Hahaha. Das Ding, du, das Ding. Ah, ich bin nehm. Ja, ich bin nehm. Ja, ich bin nehm. Los, den Mann. Schnapp mir den Wagen, obwohl er noch explodiert. Ja, ich bin nehm. Sehr gut. Liebe Cops. Ja? Mr. O'Brien. Ja, ich? Ihr werdet mich natürlich niemals kriegen. Ich haue ab mit eurem Helikopter und eurem Geld. Schau weiter, Chameleon. Ich warte seit Jahren auf diesen Moment. Ach, ja? Bye, bye. Speckbauch. Speckbauch? Großwetter. Schieb! Wow! Was hab ich denn hier für Patron drin? Cool! Na ja, so dann stellt man das Chameleon sich aus. Was willst du denn? Naruto! 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 Ha, ha, ha! So! Und jetzt weg mit dir exibieren dein Chinsatorium. Nein! Tarantino! Auch nicht! Tegari! Hier, Tegari! Mach's! Bye, bye! Ha, ha, ha! Ah, da ist ein Problem darüber. Warte, Achtung! Warte, Achtung! Valentino! Bring mir Bolian und die Spezial dafür! Pronto! Jetzt geht's los! Ja! So Valentino! Zielen! Schießen! Tegari! Ja! Genau so! Karma, Karma, Karma! Karma Chameleon! Das war's mit dir und deiner Gang! Ha, ha, ha! Vorbei! Und nehmen wir das zu verdanken! Na, unserer Police Academy natürlich! Let's get the party started! Bringt die Fahrzeuge rein! Party time! Party time! Party time! vale! Party time! Wer kann's Wandeln? Party time! Party time! Party time! Ehm, da hast du denn nichts bei? Hallo! Wow! Hallo! Wann die Erfahrung? Die Spreis ist doch da! Ich bin laut gesehen! Wauw, dann kann man das vorhin auch tun. Meine Damen und Herren, liebe Kinder, das war für Sie das Camelion aus der Reihe Crazy Cops New York. Einen riesen Applaus für das Fahrradteam! In регi opposition! Oh nein, meine Damen und Herren! Die Spreis. Vorher aus, ich darf mal über Augen Indigen. In Nearby war ich ab für die Haare nicht eingetragen. Ja irgendwo ist ein Oberstoff בא. Applaus Applaus Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen natürlich noch einen sogenannten Tag in unseren Wohnwagen. Bitte, seien Sie dann nach Hause gefahren. Stehen Sie das nicht auf der Autobahn. Nein, danke! Ja, nein, 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 nein! Ja, das ist ein bisschen, was wir machen lassen. Ja, das ist ein bisschen. Ja, das ist ein bisschen. Ah, gut, da! Ja, Valentino! Komm, wo wir das machen? Ja, das fühlt sich jetzt gut. Pass! Ja, das ist doch lecker, die! Oh, hier geht's. Wollt ihr nicht mal gucken, ist klar? Na, komm, der kommt mal zu meines Hauses. Egal, komm, wir fahren zur Party. Ja, so. Dennis? Was machst du denn los? Ja, das hat mich gesehen, das mir ausgefallen ist. Komm wieder rein! Willst du mit den Leuten gehen? Nee, du bist heute noch der Bar-Kiefer meiner Party. Ja, komm rein! So! Mann, 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 was da dir nicht mal überreden muss. So! Tschüss! Bye-bye! Arrivederci! Hasta luego! Louis! Au revoir! Servus! Interview-Aber. Let's go! Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! Du bist du mit, du bist du mit? Untertitelung des ZDF für funk, 2017